Geister Hallo Geisterjäger Sie sind echt Sie haben? Sie sind bösartig Sie haben wirklich? Und sie sind hier Wir haben einen! Ghostbusters, die Geisterjäger Sie fangen die Geister, die sich öffentlich blicken lassen Sie sind bewaffnet Sie sind gefährlich Versuch dir mal vorzustellen, dass alles lebend auf der Stelle aufhört und dass jedes Molekül in deinem Körper mit Lichtgeschwindigkeit explodiert Das meinst du mit schlecht Okay, das war ein wichtiger Sicherheitstipp, danke Igor Sie sind Profis Ich bin der Vorstandsvorsitzende der größten paranormalen Beseitigungsfirma in Amerika Nur Sie stehen zwischen uns und dem Ende der Welt Diese Stadt steht vor einer Katastrophe von biblischen Ausmaßen In der Richtung Zorn Gottes und alles Feuer und Schwefel fällt vom Himmel hernieder Menschenopfer, Hunde und Katzen leben miteinander, Massenhysterie Deine Freundin wohnt hier im Eckpendhaus des Geistercenters Möchtest du diesen Körper? Ist das irgendwie eine Fangfrage? An die Stöcke, Jungs! Halte sie! Aufhetzen! Angebucht! Macht sie schön hart! Fertig! Ghostbusters, die Geisterjäger mit Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Harold Ramis. Rick Morales. Sie kommen, um die Welt zu retten. Und euch. Ghostbusters, die Geisterjäger. Wir kamen, wir sahen und wir traten die Möchte.